und Guten Morgen und Servus auf meinem Kanal. Mein Name ist Manuel. Samstag 29 Uhr und ich gehe heute im heutigen Paar, wo es fährt um 6 Uhr vor und reingehen. Und wir laufen Richtung Hauptbahnhof, der Zug fährt um 7 Uhr 7.40 Uhr und man ist am Hauptbahnhof und wartet auf, den Zug fährt um 7 Uhr 7.40 Uhr. 7 Uhr 7.40 Uhr 8 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 Uhr 7.40 Uhr Heide Pong, Vogel B. Wo man ist im Halle gefahren, kann man in Laufe, wo es gibt, wie vor der Zeit gefahren ist, dass ich auch rund 3 Millionen am Tag in so lange warten muss. Ich habe gerade die gute Fahrt. Ich kann mich nicht mehrkommen, denn irgendwie ohne so zu denken. Ich habe gerade die Fahrt die Runde dele geliebter. Ich werde jetzt eingeliebter Säge vergangene ich in den neuen Kontrollen, Und wir fallen Sie vor, wo wir unangeneigtonen. Wenn Sie die Fahrt die Runde kommen, haben Sie die Runde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.